Neben den Menschen steht bei Satellite Office die Nachhaltigkeit deutlich im Mittelpunkt. Deshalb ist auch das neue Satellite Office im Herzen Zürichs nicht nur neu gebaut, sondern nachhaltig kernsaniert. Architektur, Nachhaltigkeit und eine richtig gute Arbeitsatmosphäre sind für mich die tragenden Säulen für ein produktives, natürliches und wertschätzendes Arbeiten. Darauf zahlt das von Satellite Office entwickelte Raumkonzept Pure Silent Line deutlich ein. Das gilt natürlich für alle Satellite Office Standorte in Deutschland, der Schweiz und demnächst auch in Italien. Mitte Oktober eröffnen wir unser neues Center und deshalb sind Sie schnell. 28 Pro stehen Ihnen zur Verfügung. Reservieren Sie am besten sofort. Mein Team und ich, wir freuen uns auf Sie.